so herzlich willkommen diesmal in 2,7k wir versuchen das ganze mal so ab hier bremsen dann stelle ich mich nach hier vorne ich habe die hinter mir noch genug platz gelassen naja dann machen wir es so mal sehen dann machen wir es so ob der abstand reicht naja Ja, ja Schön 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 Ja, ja, ja In dieser Kurve bremsen man immer, ne? Irgendwie, nein Ja So, die letzte Helix Und dann leider schon die Bremsen, aber egal Ich weiß, wo die Bremsen sind